Guten Morgen, mein Name ist Steffen Rotner, besser bekannt als der Holzmax aus Mecklenburg. Wir haben zwei Standorte in Güstrow und in Röbel. Hier in Röbel produzieren wir auf ca. 20.000 Quadratmeter sehr große Mengen Kaminholz, die werden dann getrocknet. Wir haben 17 Mitarbeiter, die das ganze Holz verpacken und auf LKWs verladen und so kommt das dann zu den Privatkunden und auch zu Gewerbekunden in ganz Deutschland. Wir arbeiten jetzt schon über ein Jahr lang mit der Firma Heise Regio Concept zusammen. Wir haben zusammen die Webseite gemacht, das Regio Listing für Güstrow und für Röbel und da immer mehr Menschen online shoppen, sind wir auch dabei einen Online-Shop gerade zu erstellen. Wir haben sehr viele Produkte, die man online verkaufen kann und da passt das ganz gut. Ja, wenn man sich am Markt behaupten möchte, sollte eigentlich jede Firma eine professionelle Homepage heutzutage haben. Die Digitalisierung geht immer weiter voran und da möchte man natürlich nicht hinten anstehen. Ja, die Erstellung der Webseite war eigentlich total einfach. Wir haben nur die Bilder und Texte hingeschickt und die Firma Heise Regio Concept hat da was Schickes draus gebastelt. Auch jetzt ist es so, wenn ich irgendwie ein Bild oder nur einen Text austauschen möchte, rufe ich an und innerhalb von 24 Stunden wird das einfach ausgetauscht. Ich habe einen persönlichen Berater, den ich fast Tag und Nacht erreichen kann, der alles für uns regelt. Das ist echt genial. Also habe ich so noch nicht erlebt.